anegmatis die seelen von maple creek folge 26 willkommen zurück ja meine freunde es geht ein bisschen weiter wir haben erst zwei folgen absolviert in diesem monat in der letzten folge wiederum haben wir dieses scherbenrätsel gelöst und diese dämonischen symbole ja haben zwei von fünf ganz schön viel zeug was wir immer wieder sammeln müssen wir müssen ein auto klar machen wenn ich das mal so nennen damit wir von hier verschwinden können ich habe mir übrigens noch ein bisschen was durchgelesen auf dem community hub des spiels anscheinend ist das problem bei artifacts mundi spielen dass man die achievements alle in einem profil machen muss das heißt also speziell für das achievement wo es wohl sehr oft gibt mache alle anderen achievements gibt es noch mal ein extra achievement so quasi komplett ist oder wie man das dann nennen möchte das geht aber nicht in verschiedenen profilen das heißt ich kann das mit dem profil in diesem play through gar nicht mehr schaffen weil ich ja das achievement verpasst habe alle wimmelbild spiele ohne jemals einen tipp bekommen zu haben so das heißt ich werde nach dem hauptspiel wohl oder übel noch mal durch spielen müssen ich versuche es also ein bisschen speed running off screen wenn ich etwaige achievements freischalte werde ich davon eine aufnahme machen und dann werde ich quasi mit dem zweiten profil ins bonus kapitel gehen weil da gibt es ja auch noch achievements nicht dass wir am ende nicht dieses mache alle anderen achievements achievement ja bekommen das wollte ich nur kurz erklären ich will ja alles haben 100 prozent jetzt bin ich nicht ganz sicher wie es weitergeht wir waren hier bei dem rätsel das ist klar aber das ist leer radmuttern streckleiter jetzt bin ich nicht ganz sicher wie es weitergehen soll weil wir haben jetzt hier nichts bekommen wo ich jetzt sagen würde das bringt uns jetzt einen schritt weiter keine ahnung ich vermute mal ganz frech dass es irgendwo ein wimmelbild gibt deswegen weiß ich jetzt nicht so genau ich bin nicht so sicher also das ist nichts ich muss jetzt vielleicht ein bisschen die wimmelbilder ablatschen ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt was noch offen sein soll wobei ich eigentlich nicht mehr glaube dass sprachs und es kommt ein wimmelbild wollte sagen ich kann mir nicht vorstellen oder ich glaube nicht mehr dass es auf den alten screens noch abgeht in bezug auf den bildern geht es wohl doch es sollen wohl auch immer also bei jedem neuen playthrough immer neue bilder sein oder nicht die bilder sind nicht neu aber das was man suchen muss wenn das mal was wird wenn ich das versuche vielleicht schaffe ich ja die minute ich glaube es war nicht aber ich kann es ja mal versuchen recyclingsschild freiheitsstatue tannenzapfen lufterfrischer fragezeichen kopfhörer maßbandpatronen fernglas kamera donut und apfel was hatten wir noch recyclingsschild lufterfrischer den finde ich jetzt leider gerade nicht da ist er nicht drin kamera wo ist denn die kamera die müsste man doch eigentlich gut sehen können fragezeichen das war nichts schade ich war jetzt gerade schnell ich glaube ich jetzt zu schaffen können aber ich guck's nicht hin mit dem blöden unter einer minute ja und da läuft die minute aus gerade jetzt war ich so schnell da ist das fragezeichen lufterfrischer und kamera achso da ist der lufterfrischer natürlich wo ist denn eine kamera ist das wieder lost in translation oder auch da ich habe es nicht gesehen muss ich gestehen schade das war nicht viel das war vielleicht eine minute und 20 ein bisschen öl damit können wir die rostige schraube lösen dann werden wir das mal tun das heißt ne moment ich muss ja zum auto da habe ich mich gerade gefragt ich muss ja nicht zum brotshaus oder wie man sagen will das ja falsch das ist ja quatsch mit so ist jetzt muss ich jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen wie man noch mal das könnte man sehen das ist köre das ist klar das geht ja nix her wie komme ich jetzt noch mal zum auto ach so also jetzt stand ich auf dem schlauch gleich muss durch die pension und den balkon runter klettern das kann man aber auch tatsächlich dann irgendwie auf eine gewisse art und weise mal kurz vergessen da habe ich nicht dran gedacht da habe ich nicht dran gedacht ich gucke immer noch ob ich vielleicht doch noch ein extra bild finde da ist das auto ja da können wir wahrscheinlich mit dem öl jetzt das rad beziehungsweise die radmutter lösen und dann bekommen wir das geöffnet also das meine ich dass wir das hier vielleicht wegäulen können warum nicht müsste gehen und jetzt das einzige problem ist ach so ich würde sagen mit der hand kriegt mir das ja nicht aus aber wir haben ja ein radkreuz ich hoffe auch mal dass ich in dieser session das jetzt mal durchkriege das hauptspiel genau ein auto reifen rad und ich denke das können wir hier jetzt wiederum drauf machen nicht allzu schwer zu verstehen ich muss den wagen anheben bevor ich den reifen anbringe ja wir hatten ja mal einen wagenheber aber der ist ja hä den haben wir ja hier benutzt oder kann ich den wieder mitnehmen ach so den kann ich wieder mitnehmen gut das macht Sinn gebe ich zu äh muss ich das wahrscheinlich in dem screen erstmal machen oder ja und drehen bitte oder was man auch mal machen muss pumpen nochmal oder reicht das schon ich muss mir einen reifen besaugen ja ich weiß ok einige radmuttern wären hier nützlich kann ich mir denken ich sollte die radmuttern festziehen oder ich lande im straßengraben mhm ach ich muss nicht jeder einzeln drücken und ach das war's schon ich wollte sagen die anderen zwei ok also dann kann ich den auch wieder abbauen ich muss ihn ja wieder runterlassen den wagen sonst ist ja das ist nicht mal mehr im inventar aber starten wird sie ja nicht wollen oder fahrer zur tankstelle handschaft ja gut aber wenn ich jetzt einfach gehe was ist denn mit den symbolen und dieses ganze gedöns ich weiß nicht ob das eine gute idee ist ob ich da jetzt hinfahren kann ich werde nicht vorgreifen nachher habe ich das nicht richtig beendet ich habe ja noch ähm die dämonischen symbole die ich da irgendwie nutzen könnte zum beispiel wobei es war ja in den beweisen hieß es ja noch beziehungsweise nicht in den beweisen aber bei den aufgaben was ist denn da noch zu lösen der runen code zum beispiel aktiviere den runen oder die runen entsprechende anleitung und sieh was passiert also das habe ich ja noch gar nicht gemacht ja wobei ich eigentlich auch nicht glaube irgendwo in den notizen stand ja auch drin das hier das ist ja muss ich ja irgendwo machen oder naja jetzt fahr ich mal zur tankstelle ich kann mir beim besten will nicht vorstellen dass es dann endet jetzt fahren wir halt mal zur tankstelle ich muss diesen baum beiseite schaffen muss diesen baum beiseite schaffen ja gut das hatte ich ja schon mal gesagt dass der kettensäge hier ja ich kann weder über den baum fahren noch kann ich ihn aus dem weg ziehen ja ist klar was ich machen muss das ist klar gewesen durch kann ich einfach gehen jetzt jetzt schauen wir mal was die zu sagen haben das ist das ist Ich bin der Lebensretter. Ich könnte mal einen Screenshot machen. Cool. Ja, das können wir brauchen. Und also, sie gibt denen das Auto. Es war klar, dass es noch nicht aus ist. Und da sind sie auch schon weg. Fahren sie los, oder was? Ich bin sicher, dass ich weiß, was das ist. Ich muss nur noch den Rest finden. Die Kirche, die Kirche oder das Bauthaus bei der Lange. Sie müssen irgendwo da geblieben werden. Hm. Hm. Ich brauche wahrscheinlich ein Hinweis. Neues Ziel. Fehlende Artefakte. Ziel erreicht das Auto. Ähm. Endlich habe ich sie wegbringen können. Je früher sie die Polizei kontaktieren, desto früher sind wir in Sicherheit. Die Polizei sollte bald eintreffen. In der Zwischenzeit gibt es noch etwas, das ich tun muss. Den Mörder finden. Er darf nicht entkommen. Ja, hat sie ja schon gesagt. Konntet ihr ja im Untertitel mitlesen. Sie will ihn stellen noch, bevor sie geht. Ja, okay. Und wir haben eine neue Aufgabe. Die fehlenden Artefakte. Entweder bei der Kirche, bei der Kapelle. Was ist denn da der Unterschied? Ähm. Oder beim Bootshaus. Genau. Hm. Na gut. Okay. Jetzt bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt einfach so hinlatschen kann. Oder ob ich da noch... Der Baum ist auch gefällt. Ob ich da noch, ähm... ...was anderes finden kann. Irgendein anderer Mimelbild. Quatsch. Oder so. Äh. Jetzt muss ich überlegen. Ja, da gehen wir halt... Ah, das ist die Kapelle. So war es. Genau. Ah, da gibt es nochmal ein Mimelbild. Ja, dann versuchen wir das auch nochmal. Ich dachte noch, was meinst du denn mit Kapelle? Aber macht Sinn. Schreibmaschine. Kugelschreiber. Lufterfrischer. Da liegt das Ding schon. Hier. Habe ich noch nicht hingeguckt gerade. Schon wieder Lufterfrischer. Seidene Stola. Brettspiel. Schlüssel. Ah, das ist ein schwieriges. Das klappt nicht mit dem Schnellmachen. Weinglas. Hörner. Genau. Vogel...ikone. Weiß nicht, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Brief und Auge. Weiß jetzt gerade nicht, was er mit... ...Ding meint. Was ist gerade die Tür schließen? Jetzt ist die Minute auf jeden Fall durch. Aber ist nicht schlimm. Es soll ja jetzt nicht... ...nur noch darum gehen. Das hatten wir jetzt noch in aller Ruhe. Kugelschreiber, Brettspiel, Schlüssel. Das ist das Brettspiel. Das ist der Kugelschreiber. Ich habe sie immer für eine Flöte oder sowas gehalten. Vogel, sagt sie noch. Die Schlüssel immer noch. Und eine Ikone. Das ist ein Schlüssel. Aber Ikone? Was ist das? Was ist das der Vogel? Ikone ist mir jetzt nicht so ganz klar, was jetzt... ...was jetzt damit meint. Ikone. Das verstehe ich jetzt. Ikone. Ist das jetzt wieder Lost in Translation? Oder was? Was? Ikone. Hm. Verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht bin ich irgendwie auch da nicht so bewandert, dass ich nicht weiß, was eine Ikone ist. Oh, das Bild ist eine Ikone. Okay. Mal von mir aus. Hätte ich vielleicht sogar ohne Tür Probleme schaffen können. Egal. Machen wir da jetzt nicht mehr so den Kopf. 4 von 5? Das ist doch schon mal was. Wann ich da noch irgendwas machen? Nein. Leichen. Genau. Was hat es jetzt noch gesagt? Das war noch die Kirche. Und das Bootshaus. Richtig? Okay. Dann gehen wir mal zur Kirche. Werden wir ja wohl hinkriegen. The Church. Vielleicht ist da auch nochmal ein Wimmelbild. Irgendwas muss ja sein. Naja, genau. Ja, dann... Vielleicht nochmal probieren, würde ich sagen. Vielleicht nochmal Letz-Fetz. Freimaurer-Emblem. Bleistift zweites Stück. Ahornblatt. Da ist das... Da ist das Ahornblatt. Pflaume, Schädel, Schere. Schädel. Pflaume. Schere. Lineal. Ein Läufer. Der war doch hier irgendwo ungekippt oder... Der war doch da was gestanden. Ähm... Mond. Mond, Mond. Das Freimaurer-Symbol ist natürlich jetzt auch eine gute Frage. Was ist das? Bleistift Rosenkranz. Zwei Bleistifte. Maßband Smaragd. Hm. War nicht irgendwas mit Krone? Wo ist denn der zweite Bleistift zum Beispiel? Da ist bestimmt auch wirklich so eine Kante gelehrt. Ne, der steckt da mal ein Maßband. Gucken wir mal nach dem Maßband. Vielleicht finden wir das hier auch da. Man muss manchmal auch nicht versuchen, alles auf einmal zu sehen. Ein Mond und ein Smaragd. Da ist der Mond. Tricky, aber... Smaragd ist natürlich jetzt... Hm. Eigentlich sollten wir das ja easy sehen, da. Aber okay. Dämonisches Symbol. Das wäre das Letzte. Die fehlenden Artefakte. Ziel erreicht. Ähm. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, was hier jetzt noch geschrieben wurde. Wahrscheinlich ist es... Ähm... Noch eine Aufgabe. Schauen wir gleich. Eins nach dem anderen. Kates Freund gab mir ein Artefakt, das er in der Kirche fand. Es ist wie eine der Markierungen auf dem Fels geformt. Ah, okay. Leider ist dieses nur eines von mehreren. Die müssen im Versteck des Predigers sein. Finde die noch fehlenden. Ich denke, das haben wir jetzt einfach schon gemacht. Nun, da ich alle Artefakte gefunden habe, kann ich die Runen aktivieren, fragt sie sich. Tja. Vermutlich. Ne, ist gar nicht unbedingt... ...was Neues. Vielleicht habe ich auch eine neue... Obwohl, eine Beweiskette wäre ja da. Glaube ich eigentlich nicht. Wir haben eh nur noch das Geheimnis von Maple Creek. Ich meine, das ist das Ende des Spiels. Davon gehe ich aus. Die Opferstätte. Na gut. Das ist wahrscheinlich das Endgame, so nennt ich das jetzt mal. Und der Runencode. Auch das ist natürlich nicht so schwer zu verstehen. Weiß nicht, in der Beweiskette ist ja nichts mehr unerledigt, oder? Da ist ja alles abgehakt. Und die Sachen da unten sind wahrscheinlich so ein bisschen Füllmaterial, damit es nicht zu einfach wird. Ja gut. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass wir zu dieser... Ich nenne es mal Insel oder so fahren. Und diesen Runencode eingeben. Es ist ja sonst nichts mehr, was wir tun könnten oder müssten. Bin ja mal gespannt, ob es überhaupt noch für eine zweite Folge reicht. Ich denke, das ist das hier. Genau. Vermutlich können wir da... Die Zahlen auf dem Zettel könnten der Schlüssel sein. Ja. Ich vermute, dass wir hier das so einfügen müssen. Das sieht nämlich genau so aus, oder? Jetzt müssen wir das wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge oder so, wenn ich mal tippen darf. Oder täusche ich mich? Das ist mit Sicherheit ein Minispiel. Oder auch nicht. Wobei das doch schon ein Minispiel ist, insofern. Ähm, ich schaue mal im Notizbuch. Ich denke, das könnte die Reihenfolge sein. Wobei ich nicht weiß, muss ich es jetzt in der Reihenfolge machen, wie es hier dran ist? Oder wie es da dran steht? Also eins, zwei... Also dieses... Ich nenne es mal Fadenkreuz, das ist eins. Und dieses Börsensymbol, nenne ich mal, das ist die zwei. Also eins, zwei. Die bleiben auch dann stehen. Das ist dann aufsichtlich. Hoppala. Richtig. Obwohl, das können wir auch hier angucken. Haben wir das nicht hier irgendwo gehabt? Egal, machen wir es so. Ähm, drei ist so dieses Schachtelartige. Und vier, dieses Männchen mit dem Ball, nenne ich das jetzt einfach mal. Okay. Ähm, drei. Vier. Ja. Irgendwie fühle ich mich heute ein bisschen durch den Wind. Und ich weiß nicht genau richtig, warum. Aber ich hatte ein paar schwere Tage. Mein Kater ist operiert worden. Letzten Dienstag. Und ich war jetzt, glaube ich, schon vier, fünfmal beim Tierarzt. Ich bin, glaube ich, ein bisschen durch den Wind so entschuldigt, wenn ich das alles so ein bisschen leh. Naja. Wie unsouverän rüberkommt. Also fünf ist das X. Sechs ist das umgedrehte A. Ähm, X. A. Sieben. Ist diese Art acht. Und acht. Ist diese ungefallene acht. Also. Ja. Ist da. Und da bleibt ja nur noch eins. Cool. Also. Also. Ziel erreicht. Der Runencode. Ne. Das dürft ihr bitte entschuldigen. Oder das müsst ihr entschuldigen. Ich habe eine harte Zeit irgendwie. Also. War einiges los. Mit der Kleinen war ich dann noch, ähm. Beim Tierarzt. Und ach du liebe Zeit. Mein Kater hat nämlich einen Tumor gehabt. Ein bösartigen. Und. Ja. Ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber glaubt mir. Ich habe nicht viel geschlafen. In letzter Zeit. Und trotzdem noch versucht Black Mirror 2 zu drehen. Und das war auch nicht gerade so einfach. Das hat auch Kraft gekostet. Um nur mal ein bisschen was zu nennen. Und. Ihr dürft ja auch nicht vergessen. Wir haben ja auch. Diese blöde Corona-Krise. Das geht ja auch nicht schwulos an mir vorbei. Aber egal. Was haben wir denn? Als ich die Runen berührte. Öffnete sich der Eingang zu einer unterirdischen Kammer. Bitte lass diese Geschichte hier enden. Was ist dort unten? Fragezeichen. Ja. Das fragen wir uns wahrscheinlich alle. Was da unten ist. Aber ich würde sagen. Zum einen ist die Folge jetzt vorbei. Das trifft sich ja nicht ganz gut. Zum anderen. Wenn das kein geiler Cliffhanger ist. Da jetzt runter zu steigen. Und zu hoffen. Dass ihr nichts passiert. Oder. Ich frage mich. Ob es da auch ein Bad Ant gibt. Oder sowas. Aber ich glaube. Da sind alle jetzt gespannt. Und würden gerne wissen. Was da unten ist. Deswegen. Wie gesagt. Hashtag Cliffhanger. Und das ist auch. Das ist immer so. Diese Einblendung. Das war schon öfters. Auch wenn ich es mal nicht erwähnt habe. Ja. Ist geil gemacht. So gesehen. Ne. Also so weit so gut. Wenn ihr wissen wollt. Was da unten drin ist. Müsst ihr die nächste Folge anschauen. Und da. Sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.